Ah, schlechte Position gerade. Einfach nur irgendwelche Tasten drücken. Ja, aber irgendwelche Bomben werfen. Vorsicht, das Ding explodiert. Okay, das warst du gar nicht. Ich habe dich gerade mit einem Monster verwechselt. Fälligkeit bereit. Wunderbar. Der Ding wird alt. Hier ist noch was zu futtern. Links, ganz links. Halt zu raus. Ganz links. In der Tür. Boah, meine... Au, 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 au. Ich glaube, ich habe gerade zwei Essen benutzt. Verdammt. Puh. Wahrscheinlich. Ja. Wir müssen... Ich habe eine Kanu, ne? Okay, ich muss steuern. Zieh in linke, rechte Tauchmaus. Du hast die Feuer nicht. Nein, du musst steuern. Ich guck dich da. Da ist das... Blümmerig ist da vorne. Und dem Wagen darf nichts passieren. Keine Ahnung. Hinten die Dinger kann ich ja besiegen durch mein... Durch das Ding da. Das war's. Achso, okay. Verbrennen halt. Okay, doch nicht. Irgendwie lädt es gerade nach. Achso, Flammbächer überhitzt auch. Ja, bei mir auch. Dass du Kanu noch manchmal überhitzt. Schieß mal die Dinger ab. Aber ich kann einfach drüberfahren. Musst halt... Ein bisschen sparsam damit umgehen. Ist ja normal bei solchen Waffen. Nee. Achso, zweimal A, zweimal D? Ja, dann kannst... Ah, dann kann ich wechseln. Loll. Ich mag die, ich mag das mehr. Was gibt es denn bei zweimal D? Oh, mein Kind. Der hat aber auch Überhitzung, ne? Okay, jetzt nochmal D. Ah, ich kann auch. Juhu. Kannst du nicht steuern? Nein. Okay. Du wolltest du besiegen. Ich auch. Du musst fahren, ich hinten. Nee, ich bin dir Kanonfahrt. Vor allem, der hat kaum überhitzt und das Maschinengewehr. Ist halt Maschinengewehr. Ja. Oh, läuft. Ich kann einfach alles besiegen. Mach einfach nur vorne. Ich versuch hinten zu deflen. Ich kann ja auch noch schießen. Wie geil das warst du, bitteschön. Ey, das macht, das macht Spaß. Richtig geil. Ja, ich denke mal nicht, dass die Flammen... Oh, hinter uns. Doch, die Flammen tun. Aua. Ich kann schon einen Schaden machen. Erledigt. Fähigkeit bereit. Vor allem ist es... Drückt erst mal... Oder lädt erst mal Fähigkeiten auf, während man hier ballert. Stirb dir einfach mal. Macht Spaß. Auf jeden Fall. Und dann scheint so süß aussieht wie es aussieht wie es hier ist Ende, oder? Ach, geil, oh. Kann man gerne noch mal machen. Ja, guck mal in den Punkt da. Aber wir haben noch bis jetzt keine Waffe gefunden. Nee, noch kaum Objekte. Oh, es geht noch weiter. Nein, du musst halt nur das Tor durchsprengen. Rennen der Bekloppten. What? Was für ein Rennen der Bekloppten? Na, reichen die Ausgaben. Okay, dann rennen wir mal. Ich glaube, wir sind schneller. Ich glaube, wir sind schneller. Oh, lol. Autoscooter. Unter uns. Oh, wir brauchen nie Tour. Autoscooter zu irgendwas. Na, ist ja super. Da ist ein Klaus-Teil. 2 von 7. Naja, echt wenig. Ich glaube, wir hätten ein bisschen mehr suchen sollen. Okay, ich glaube, wir müssen einfach... Ähm, ich werde einfach mal das Nitro schmeißen. Das ist eine geile Idee, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob das begrenzt ist oder ob das unbegrenzt ist. Na, das ist unbegrenzt. Aber wir müssen ja sterben. Oh, shit. Oh, shit. Wir sitzen echt beschissen. Ja, toll. Ich kriege die auch ab. Wahnsinn. Okay, wir gehen einfach weiter. Wir werden schon merken, wenn wir das Teil noch brauchen. Ich habe nur kein Essen mehr. Ich auch nicht. Das ist etwas. Oh. Ich hasse diese Fliegefiecher. Die nerven da echt. Aua. Aua. Ja. Okay, hier brauchen wir das Nitro. Platziere den Sprengstoff. Ja, wir müssen erst mal alles besiegen, ey. Geht gar nicht. Auch das fette Vieh müssen wir besiegen. Wenn es überhaupt besiegen ist, wenn es überhaupt besiegbar ist. Nein. Das andere konnten wir ja gerade auch besiegen. Warte mal, wir hätten ein bisschen mehr Schaden gemacht. Und ich habe hier nicht wirklich... Ja. Das ist weggegangen. Okay. Oh mein Gott, ey. Ich habe nicht mehr viel Leben, deswegen. Äh, dann... Alter, diese Autos nerven. Gierig. Gleich. Oh. Okay. Wenn man das Nitro wirft, dann... Das geht kaputt. Clever, durch das Feuer zu laufen. Klappe. Nein. Okay, die Autos sind leicht nervig. Ja. Oh lol, die Monster werden mit einem Schlag besiegt von den Autos. Wir kriegen ja auch schließlich auch ziemlich eins auf die Fresse. Ich bin gerade den Zweiten. Aua. Ich weiß gar nicht, ich brauche mir nur zwei. Ja, ich glaube. Na, wir werden erst mal ganz kurz alles besiegen. Die 2000 Punkte überlassen, ich gerne die. Weg, 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 weg! Horde wieder. Ach du scheiße, der nächste. Ja, Horde. Oh nein. Ja, deswegen ja, der nächste. Okay, ich bleibe einfach bei den Autos, dann werden die automatisch zerstört. Ich renne aber weiter, ist ja langweilig. Na, wieso? Deshalb. Ich will nicht schon wieder der Einzige sein, der stirbt. Warum wirst du sterben? Du hast doch die Autos bei dir. Ja, nein, nicht mehr. Okay, jetzt bist du ein Schisser. Das ist eigentlich so ein Schisser. Wow, er trifft doch nur wie ich, weißt du. Verdammt. Du hast mich wiederbeleben, wusstest du das? Ja, da hätte ich nur nicht die Chance dazu haben, gerade. Ach so, das sind diese Geister, von mir, die... Keine Ahnung. Ach, alles kaputt? Nicht schon wieder, nein. Komm raus, das Gebiet ist total beschissen da drin. Ja, tschüss. Nein, ich kann ja nicht weg. Nee, du musst nicht kämpfen. Du hast noch von dem getroffen. Dann darfst du ja nur nicht treffen lassen. Das ist schon das Einzige. Von dem Viech, meine ich. Einer dieser... Diese fliegenden Viecher, ey. Die sind so nervig. Aua. Nein, nicht. Wow. 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 Vor allem, die hören auch gar nicht auf zu kommen, weißt du. Ah. Essen. Amo. Jedes Mal 120, 130, 140 hau ich dem rein. Allerdings habe ich keine Muni mehr. Okay, er ist tot. Jawohl, endlich. Und wohin jetzt? Weiß ja nicht. Ich habe 5000 Punkte bekommen nur, wenn wir mich verarschen. Ich bin abgeschlossen. Das war's. Glaube ich nicht. Oder? Das war's. Okay. Okay. Aber im Endeffekt, das ist zu mehr Punkte als ich. Guck mal, wie viel... Wir haben nichts gefunden, Alter. Keine Waffen und kaum Objekte, man. What the fuck? Ich habe fast 111.000 Punkte gehabt. Charakter-Config. Zurück zur Gopi. Boah, geile Ohr. Kimi. Nächste Fähigkeit. Diese Minikids geben dir doppelt zu viel Gesundheit. Cool. Na, ich habe nicht genug FP. Verdammt nochmal. Einen Punkt brauche ich noch. Aber den spare ich dann mal. So, da habe ich nichts mehr. Alter, wir haben keine Waffen gefunden, Mann. Nichts. Okay, ich tue jetzt Medikids machen. Müssen wir auf jeden Fall jetzt in... Fähigkeitsbalken schneller auf. In dem Level müssen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr besser suchen. Oh ja. So, Farschau. Okay, das meine ich nicht, sondern... Print, nehm, du. Drücke linke Maul wieder. Oh, tue. Weiter. Bereit. Bis zum nächsten Mal.